Ah, hey! Was soll'n der Scheiß? YouTube! Oh, oh, jetzt gibt er Gas. YouTube! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Seven Days to Die ist am wund und heiter weitergehen mit meiner Männigkeit eurem Zocki. Yay! Ah, Geier! Geier, Geier, Geier! Ab! Ausweichen! Slalom fahren! Ja, es ist die ungünstigste Uhrzeit, glaube ich, um looten zu gehen. Überhaupt hier in dem Gebiet, wo diese gehäuteten Zombies herumchörteln. Also die Ultra-Zombies sind das. Die sind schon so heftig am Verwesen. Die heftigsten Zombies ever. Susan ist auch hier, super. Ah, ich hab meine Zuckerstange gar nicht mitfällt, würde ich... Baby, was ist denn los? Sei mir bitte nicht böse. Der Geier, der gibt nicht auf, hm? So, da gehen wir nicht rein. Da waren wir schon. Ich wollte noch woanders gucken hier. Wow. Ich glaub, ich bin echt gearscht. Au, Geier hat mich erwischt. Bisschen Heilung hab' ich mit, aber ganz wenig, weil ich sparsam sein wollt. Bisschen Muni hab' ich mit. Aha, was ist das hier? Au, oh! Das ist der mit jetzt. Au, das ist aber gar nicht gut. Oh, ein Hund. Ne. Ich hab auch... Ich hab' ich Antibioto gemacht. Ich glaub, eine Tablette hab' ich mal mitgenommen. Bin aber nicht sicher. Ne, hab's drauf geschissen. Hab's gar nicht mitgenommen. Da ist offen. Hier fahren wir rein. Nein, hier fahren wir doch nicht rein. Oh, da, komm. So, der nächste, please. Kommen Sie einfach her. Ich bin ready für den Shit. Susan. Ich hab' überhaupt keinen Bock drauf. Wo? Mach' ich alle fertig. Mach' ich euch alle fertig. Greifen halt muss ich nur. Das ist wichtig. So, der lebt noch. Warum? Ich hab' für den Shit auch zu wenig Munition mit. Ich brauch' Honig. Da ist gar nichts drin. Ich brauch' Honig oder Antibiotika. Ich hab' nichts mitgenommen. Sind die draußen? Hey, wenn die draußen sind, juckt's mich nicht. So schnell kommen die gar nicht ran. Voll ungünstig. Ich hätt' noch warten sollen, noch ein bisschen in der Base. Ja, der ist rum. Oben ist er. Fliegt der Auto? Das muss doch keinen Loot drin haben. Das fliegt. Ich möchte auch nur ein Schmelztiegel haben. Ich möchte nicht viel. Ich möchte echt nicht viel. Das ist alles, was ich haben möchte. Das ist ein Schmelztiegel. Oh, das ist interessant. Oh, da wollte ich da wirklich herangucken. Blossen. Oh ne, ich hab' Ah, ich hab' wieder was vergessen zu machen. Wer kommt da? Keine Chance. Keine Chance hat der Typ. Bin zu mächtig. Hab' ich den Dietrich mit? Na, glaub' ich hab' ich auch nicht. Ja, nicht. Ah! Er lebt noch! Rufen Sie die Feuerwehr! Wenigensal haben wir Tabletten mitgebracht. Bin total gearscht hier. Ich hab' eine Idee. Naja, hab' ich nicht. Ich hab' keine Munition. Ich hab' nichts mitgenommen. Boah, zu Hause kann ich dann Tabletten fressen. Wie viel seh' ich's jetzt da? Mach' mal so'n Stress für diese komischen Taile hier, die ich nie verwenden werd. So, schau'n mal hoch. Ja! Bleiben Sie ruhig liegen. Kein Stress. Liegen mir müssen Sie sich jetzt nicht aufbemühen. Warum rennt er denn jetzt so komisch? Rennen doch nicht so komisch. Er hat was getroppt! Er ist mein bester Freund, jeder. Ha! Wie ist die Munition? Was zum Nähen? Ich hör' doch... Ach! Oh, nee! Nee, 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 nee! Wieso geht die Musik ab? Wieso? Da ist nie was drin. Was ist das für eine Verarsche? Keine Musik. Alle Zombies weg. Hab' ich erledigt. Totaler Kerl. Da! Susan! Wie sie sich freut! Yeah! Wie sie sich freut, mich zu sehen! Susan! Ah, Susan, du bist spitze! Niemand andere wird das für mich machen! Ganz ehrlich, jeder Zombies versucht mich anzuknabbern! Du bist die Einzige, die sich freut, mich zu sehen! Oh, Doggy! Ich hab' nicht genug Munition mit für so einen Stress! Los, Hände hoch! Hoch, Hände! Na, da war'n Buch, hab' ich das schon gelesen? Ja, natürlich. Ich bin sehr belesen. Uh! Aber die tropfen jetzt gut! Tisches! Kommt noch wer! Das klingt nach vielen! Partys! Party time! Oh ja! Das ist aber... ...geil! Wenn ich wollte... ...die auch noch ein bisschen einfärben. Denn wenn die... ...dolden ist... ...ne ist sie gar nicht! Oh, mies! Das ist mies! Oh! Oh! Apura! Gott, für so eine Action bin ich noch nicht bereit! Was kommt denn da auf mich zu? Das ist unglaublich! Boah, jetzt bin ich noch böse geworden hier! Wow! 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 Das war's mit der Action hier! Jetzt ist die Pistole dran! Hey, das ist ein bisschen unfair schon, oder? Schaut euch das an, was da kommt! Ich muss die irgendwie... Ich muss die irgendwie reinlegen! Wie soll ich die reinlegen? Edgepatch! Ich bin gar nicht ich! Ich bin der andere! Jetzt springen die da auf mich! Geh weg! Oh! Gehen sie weg, please! So! Krieg jetzt Abstand! Treffen nichts! Oh! Da explodieren noch Leute! Oh Leute! Das ist Party! Das ist echt fies! Das ist echt fies! Was soll ich tun? Warum ist denn das? Was? Ich kann das auf eine Ohren machen! Wow! Jetzt hat er mich aber recht! Runter da, du Vogel! Ja! Geil! Oh Wack! Oh! Was ist denn damit? Oh! Was geht hier ab, Bruder? Oh! 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 sei es, wenn nicht. Da fliegt alles in die Luft. Mhm, mhm. Ja, ich werde sterben. Das sehe ich jetzt schon. Alle Autos, die ich looten wollte, guck dir das mal an. Äh, ich muss eine verkackte Abkürzung nehmen an hier runter. Ich muss weg. Ich muss weg. Wo ist mein Moped? Oh, habe ich den Schlingel geparkt? Und los! Oh, nicht ins Loch. Das ist ja nicht normal. Oder? Ist doch normal. Nicht normal. Ich finde es nicht normal. Jetzt kommt da noch eine Schlange. Schau sie auch. Ich wollte da oben einfach nur chillig looten, aber da ist ja, uh, vieles kommen und alles explodiert. Actionfilm. Heftiger Actionfilm. Da, gehen wir rein. Ins Hotel hier. Wenn das ein Hotel ist. Keine Ahnung, aber ich werde mich da schon ein bisschen hochbauen, schätze ich. Ah, warte mal. Ich muss aber als erster... Oh, hoffentlich kommt kein Zombie jetzt. Ich muss ein bisschen Platz machen hier. Also das Essen lasse ich, Tabletten lasse ich, das lasse ich, das nehme ich mit, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Eisen lasse ich, falls ich diese Munition herstelle für mein, für mein Geschütz hier. Basinger. Wieso habe ich denn den mit? Keine Ahnung. Habe ich überhaupt Holz mit? Ja. Alles vermint. Geilo. Oh. Das reicht. Ich baue mich da nämlich schon eins hoch. Ja. Komm her, Junge. Auf Somalia. Einmal die Schnauze. Fuck, die Pissl ist im Arsch. Aber ganz schnell reparieren. Wie viele da schon sind? Haben wir schon die Bücher zu. Was bist denn du für ein Vogel? Was bist denn du für ein Vogel? Das? OTHER? foliage Beef Was ist das jetzt auf dem Cloud? Es wird sogar anders, aber sie durchgebracht. aber ich weiß nicht faktor explodiert auch schon wieder alles nicht normal die pennen hier habe ich erwischt habe ich erwischt meine liebe die liebe meines lebens Uff. So, müssen wir gut sein. No, no, no. Tot, 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 tot. Tut mir zu. Ja, ja, kommt auch noch. Ey, ich bin hier voll gearscht, gell? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist zu heftig. Woher kommen die kleinen Pischers? Ah, Sackgasse. Nicht gut, nicht gut. Keine gute Idee. Ah, noch. Gearscht, Bruder, gearscht. Guck, guck, sagt der Specht auf einem Bein. Da steht man, schlägt. Aber ich hab keine Angst. Ich bin stabil. Ich bin zwar happy, dass ich die Schotte hab, aber ich rot so oft daneben. Ich kann dir gar nichts vorstellen. Wie lang geht das jetzt so weiter hier? Da unten welche? Da unten kugeln sicher welche herum. Da. Was die da oben haben wir alle erledigt? Der hat Essenanhänger. Der hat ja gar nicht mehr, wo ich lang muss jetzt. Wo ich lang soll. Die ist versperrt. Ja, wieso ist die da auch da? Mach zu den Scheiß einfach. Mach einfach zu. Mach einfach zu. Wir schließen hier einfach das untere Stockwerk ab. So ist nämlich. Ja, genau. Kannst du mal die Fresse halten, Mädchen. Sperrfach zu. Ich hab schon geschlossen. Oh, scheiße. Ich glaub, da oben geht's aber auch ab. Wir sind schon im Treppenhaus. Schnell. Steroide. Da explodiert einiges. Die sind schon durch. Nein, Motherfucker. Die Beine müssen ab. Die Beine müssen ab. No, no, no. Tür geht zu. Du stirbst, Leda. Oh, no. No, der Digger hat die Tür. Wir haben keine Tür mehr. Wir haben keine Tür mehr. Ich wiederhole. Springen ist die einzige Lösung, oder? Oh, nein. Ich wollte nicht. Au. Was tue ich denn? Hä? Warum wird die Musik so komisch? Besteuertet das ist mein Ende? Fuck. Ich muss da wieder ran. Ich wollte doch nicht komplett runter. Hinten rum. Hinten rum. Da ist ein Bär. Lauf, Bruder. Lauf. Gott. Da ist ein Hund. Was bist du? Lalalalalalalalalalalalalala. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ich bin der Welt, ich bin der Welt, ich hab, oder ich hab. Gut. Gut, wir haben Ruhe. Irgendwie checken die's nicht. Oh, der Geier. Ja, was auf. Jetzt zeige ich dir einen Trick. Boom. Na ja, tot. Level ab. Vier Punkte. Sieben brauche ich noch. Und Bad Song ist killen. Dann haben wir es geschafft. Scheiße, ich traue mich da jetzt nicht wieder hin. Ich bin ja voll gearscht. Ich bin total im Arsch. Total. Die Munition ist fast komplett weg. Dafür gebe ich drei Schuße. Wow, bin der heftigste Typ ever. Ja, 74. Damit bereise ich gar nichts auf, wie ich daneben schieße. Es war unglückend, um die Uhrzeit jetzt noch loszuziehen. Aber die Gegend ist auch extrem gefährlich, oder? Ich meine, Alter, die ist grün auf der Garte. Ah, und jetzt kommt schon wieder so ein verfickter Geier. Ja, aus dem brauche ich bald... Oh, da springen die schon aus dem Fenster und holen mich, oder? Ja. Tusen, komm, du bist, du bist meine Nummer eins. Wieso tust du mir das an? Daneben. Dein Glück. Dein Glück, mein Pech. Wart ab. Fuck. Scheiß, Pisa kommt's von überall, oder? Ich nehme auch an, weil meine Waffen so laut sind. Das kriegen die mit, und dann kommen wir uns. Am Tag ist Ruhe. Na, können, dann machen die nix. Schon wieder ein verfickter Geier. Aber klar schieße ich mit der Schotte daneben. Und da ist ein Bulle. Du Ferkel. Da ist das Kino. Wir könnten uns einen Film angucken, oder? Ich glaube nicht, dass die Zomis mich lassen würden. Oh, ein Hund. Aber sah aus, den überfahre ich jetzt. Nein, du hast nicht, da ist eine Grube. Vielleicht doch nicht so intelligent, das zu machen. Ich fahre auch gerade permanent in den Kreis, weil ich nicht weiß, ehrlich gesagt. Wo hier was gut ist. Das Gebäude sieht doch wichtig aus. Aber ich habe keine Chance da drin. Ich werde so drauf gehen. Da werden mir so viele Zombies entgegenkommen. Die heftigste Loot-Tour ever. Ja. Bärchen. Ja, ja, genau. Ja, Susan. Der Dicke macht einen auf Superhelden. Aber ja, Susan, du lebst noch. Komm, du liebst mich doch. Wir haben uns doch immer so gut vertragen gehabt. Ey, wir sind jetzt los. Ruhe. Ich bin total gearscht. Da ist nix drin. Lächerlich, die Bücher haben. Ja, wow, das kriege ich. Ja, so ist sie eh cool, aber... Ich schmelze die Glam. Ich möchte wieder nach Hause und bauen und basteln. Ich sehe doch den nackten Fuß. Und du bleibst verdammt noch mal im Gefängnis, okay? Nee. Nee, nee, nee. Die rufen die anderen. Die rufen die anderen. Habt ihr das denn Telefon her? Da. Da kommen sie schon. Ich kann hier nicht durchgreifen. Ich muss das kaputt haben. Wie schnell ich möchte den Loot haben. Ha. Ich mach jetzt den Arsch. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020